Hier verwandelt also Eggman die Aliens in diese Energiefiecher. Okay. Das lassen wir ja natürlich nicht auf uns sitzen. Wir werden die Leute retten. Ups. Dann werden Eggmans Pläne vereiteln. So. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Da oben habe ich noch einen... Ach nee, der ist mir egal. Komm. Wie komme ich denn da eigentlich dann hoch, an dem ich das Ding hier kaputt gemacht habe? Ah, Schlitz. Laser. Wo bin ich gelandet? Ein Farbbonus. Wow. Ohohoho. Goldhäupung Bonus. Alter Vater. Nein. Oh. Hier werden wir mal sicher sehr viel mit unserer Energie machen können. Oh, da war's das so. Rang A. Alter. Das war ein Rang A. Da bin ich da sogar noch ein Leben für. Noch ein Leben, komm. Ja. Noch ein extra Leben. Zum Glück habe ich die Session noch nicht aufgehört. So, Akt 6. Der letzte Akt vor dem Endboss. Es geht wieder ein bisschen Achterbahn fahren. Oh, God. Dammit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Da kommen noch ein paar. Okay. Abwärts. Wird schlecht. Wo bin ich die nächste? Jawohl. Hier müssen wir echt gucken, wo wir landen. Wo wir hin müssen. Oh. Alter. Oh, um Gottes. Wenn ich da gerade nichts da oben hin und bin da nicht hingekommen. Wir sitzen im letzten Wagen. Ist ja immer der coolste in einer Achterbahn. Aber ich weiß nicht, ob ich mich hier so sicher fühlen sollte. Oh, ich ziehe rüber. Wir dürfen auf jeden Fall nichts verpassen hier. Ähm. Wow. Oh, abwärts. Ich glaube, hier fahren sie nochmal alles auf, was es gibt. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal über Kopf rennen. Wasser auf den Kopf. Da steht Wasser auf den Kopf. Wie geil ist das denn? Geh weg da. Ich kick die nicht kaputt. Ich hab's kaputt gekriegt. Warum? Oh, Mann. Ich brauch Ringe. Das ist so abgefahren. Das ist so mega abgefahren. Unwesendlich haben wir hier ein paar Ringe gekriegt. Komm, ist einmal hier durch hier jetzt. Äh, hab ich's jetzt verpasst? Ach, nö. Alter, ist das krass. Ach, komm runter. Alter, ist das krass. Oh. Boah. Okay. Hä? Oh, komm. Oh, Gott. Keine Ringe. Wo bin ich? Ringe. Oh, roter Ring. Oh, daneben. Zack. So viel Tempo. Schön. Es ist schön. Es ist echt richtig schön. Wo bin ich? Oh, no, no, no. Was ist das denn? Äh, jetzt? Ist das der Endgegner? Gebe nicht raus. Okay. Nein. Aber ich gebe mal wieder raus. Komm. Er ist kaputt. Ey. Alter, das sieht so geil aus. Das sieht so fucking geil aus. Ich bin gerade echt überwältigt. Das ist so Hammer. Schön, dass die Level auch wieder angenehmer werden. Das war ja vorhin echt mega ätzend. Ach, naja, fast. So. How about you do that? What you do to my friends in there? Is messed up. So I'm gonna mess you up. Yeah. That's right. I'm stretching. You got a problem with that? Ich möchte, dass ich dich komplett entfernt habe, ohne ein paar Muscle zu schlafen. Okay, jetzt bin ich bereit. Natürlich, wenn du weg bist, bitte fühle dich frei. Es gibt keine Schäme. Vielleicht ein bisschen Schäme. Sie sprechen nicht viel, oder? Fair genug. Ich sage nicht, dass ich dich nicht warnen habe. Okay. Wir sind uns auf jeden Fall... Oh! Das erinnert mich doch so ein bisschen wieder an die Starlight-Carneval-Zone. Ein bisschen sehr. Oh, okay, wir hätten nicht springen sollen. Jetzt. Komm, komm, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, er ist wieder weg. Wir brauchen Ringe. Ringe werden gar... Oh, 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 oh! Wohin? Um Gottes Willen! Feuer, 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 Feuer! Immer rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, los, los, los! Ähm, wie haben wir jetzt? Er ist wieder weg. Zeitsprung! Oh, da kommt er! Yikes! Ähm, ja. Mh, klappt so? Ohhhh, mein Gott! Nö, nö, will ich nicht! Äh, äh, äh. Okay. Machen wir, ist kein Problem. Hm, bleib mit dich. Bleib mit dich. Erledigt. Schießt, du mein? Ist mir völlig egal. Irgendwann musst du nachladen und dann ist das meine Zeit. Einmal durch die Zeit gereist. Und da kommt er wieder. Das ist kein Ding. Wir bleiben einfach auf der Geschwindigkeit. So, und jetzt wird's lustig. Oh, oh, na, das war nicht so gut. Oh, komm schon. Äh, Mann. Oh, ist immer weiter drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Komm. Zack. Okay. Hier sind wir ganz sicher. So, und jetzt kommt er hier wieder. Der Erste geht da rüber. Oh, der andere trifft. Oh. Ringe werden jetzt ganz geil. Da ist er wieder. Da ist er. Oh, oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Okay. Hat uns keiner getroffen. Okay. So, ein paar Ringe haben wir wieder. Machen wir das andere Tierwerk auch noch kaputt. Komm. Ah, gib Turbo. Nee. So. Machen wir da eine kleine Wummel mal kaputt, da. Ähm, Manu? Au. Okay. Seems legit. Müssen wir jetzt wieder ran? Ja, muss immer. Juhu. Oh, was wird... Oh, was macht der denn da jetzt? Oh, na, 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 na. Oh, was ist denn? Schnellschrittbonus. Oh, so. Hier, Ringe werden jetzt richtig geil. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Los, Angriff, Angriff, Angriff. Und komm. Ah, er macht wieder einen Sprung. Okay. Oh. Nein. Nein. Oh, da komm ich doch nicht rüber. Noch vorne. Oh, 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 oh. Zwei Leben haben wir noch. Krieg einen Schnellschrittbonus. Oh, da komm rüber. Kann ich eigentlich auch mit den... Kann ich nicht. Schade. Ich dachte, wenn du mit der Schultertaste mich links, rechts bewegen, das wäre ziemlich lässig. Okay, komm. Wir vergeugen jetzt mal keine Zeit und greifen einfach an jetzt. Komm. Einmal durch die Zeit. Da kommt er wieder. Wohmloch gefunden oder sowas. Und, was weiß ich. Den Stein jetzt relativ easy auszuweichen. Das ist irgendwie die schwerste Phase, finde ich. So. Es gibt immer Punkte. Das ist ja mega gut. Hübs. Wau, wau, wau. Okay. Okay, Geschwindigkeit. Boost. Attacke, Attacke, Attacke. Uh, 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 oh, drüber. Rocket? Die werden wir auf jeden Fall noch benutzen. Und zwar wieder unter ihm stehen. Vorher sollte er mir mal bitte wieder Ringe geben. Okay. Komm, Randa. Ja, Ringe, Ringe, Ringe. So, immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf. So. Hup, oh, oh. Doof. Dumm gelaufen. Und immer wird weiter drauf, immer weiter drauf. Oh, und er verliert seine Kapseln schon. Okay. Ein paar Ringe wieder. So, und jetzt geht's weiter. Hepp, 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 hepp. Einmal durch die Zeit. Einmal durch Zeit und Raum. Los, komm. Bring it on. Wuhu, 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 yay. Wird nix. Und jetzt. Rocket. Yes. Ah, schön. Boost. Schön, noch ein extra Leben bekommen. Damit haben wir den besiegt. Oh, man. Das war fast schwierig. Sonic, du hast es. Können wir es ohne dich, buddy. Danke. Hey, wir beide erhalten einiges Reward. Ja, wir gehen zu einem Amusement Park oder etwas. Oh, genau. Aber, uh, ein, das ist, you know, weniger evil als dieser. So, are all the aliens getting free? Looks like it. Once the power went off, the lock's vanished. I hope the actor's okay. I think he'll be fine. You don't think the weapon you were shot with still works. Not without power flowing to it. I think we're all good. That's what I like to hear. Damit haben wir die Aliens auf jeden Fall schon befreit. Allerdings haben wir noch einiges vor uns. Bevor wir wieder zurück auf die Erde kommen. Und das machen wir dann aber in der nächsten Session. Ich werde jetzt die Session beenden. Wir haben anderthalb Stunden in dieser Session gespielt. Und ich hoffe, in der nächsten Folge, in der nächsten Session, in der nächsten Folge, kann ich dann mal den Sieger des kleinen Rätsels küren, wenn sich denn einer gemeldet hat. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, in der nächsten Session. Bis dahin. Tschö!